Wie stark ist die Abstoßkraft zwischen zwei Ladungen von 0,5 Coulomb, die 10 Meter voneinander entfernt sind? Wir schreiben zuerst die Angaben auf. Die zwei Ladungen Q1 und Q2 haben dasselbe Vorzeichen und betragen beide 0,5 Coulomb. Der Abstand kleine r zwischen diesen Ladungen beträgt 10 Meter. Wir suchen die Stärke f dieser Abstoßkräfte. Und um diese Stärke f herauszufinden, nutzen wir diese Formel von Coulomb, in der wir K0 durch 9 mal 10 hoch 9 ersetzen, die Beträge der zwei Ladungen jeweils durch 0,5 ersetzen und den Abstand r durch 10 ersetzen. Und somit erhalten wir als Kraftstärke 2,25 mal 10 hoch 7 Newton.